Wir freuen uns auf ein schönes Fußballspiel, Manni Breugmann und Frank Buschmann. Und Manni, ich kann es kaum erwarten, Spannung liegt in der Luft. Und heute heißt es also Borussia Dortmund gegen Lille. Frank, deine Kurzanalyse zu Borussia Dortmund. Heute endet die Vorbereitung und natürlich hoffen die Fans auch auf einen dritten Sieg im dritten Spiel. Und wenn sie heute gewinnen, dann gehen sie mit ganz breiter Brust in die kommende Spielzeit. Ein tolles Stadion, dieser Signal Iduna Park. Der Volksmund sagt allerdings immer noch Westfalenstadion. Die Akustik ist einfach der absolute Wahnsinn. Und wenn man mal ein bisschen Sightseeing machen möchte, empfehle ich das Borussia Dortmund. Und wenn man mal ein bisschen Sightseeing machen möchte, dann geht es um den Ball. Und wenn man mal ein bisschen Sightseeing machen möchte, dann geht es um den Ball. Und wenn man mal ein bisschen Sightseeing machen möchte, dann geht es um den Ball. Und wenn man mal ein bisschen Sightseeing machen möchte, dann geht es um den Ball. Und wenn man mal ein bisschen Sightseeing machen möchte, dann geht es um den Ball. Und wenn man mal ein bisschen Sightseeing machen möchte, dann geht es um den Ball. Und wenn man mal ein bisschen Sightseeing machen möchte, dann geht es um den Ball. Und wenn man mal ein bisschen Sightseeing machen möchte, dann geht es um den Ball. Schiedsrichter hat die Partie pünktlich angetippt. Wir freuen uns auf 90 tolle Minuten. Das nennt der Abiturient Antizipieren. Er liest die Situation und schnappt sich das Spielgerät. Anto lässt. Er hat ihn abgebrochen. Borussia Dortmund trifft und hier kommt die Wiederholung. Im zweiten Anlauf, und das ist besonders ärgerlich, muss der Keeper sich geschlagen geben. Nochmal das Tor aus anderer Kameraperspektive. Achtung! Was für eine klasse Tanz! Der muss mal ganz anders an die Sachen. Und der muss jetzt rein! Tolle Flanke! Souverän, wie er das Problem gelöst hat. Peter attackiert. Achtung! Ja, da sind sie nicht durchgekommen gegen den blockierenden Abwehrspieler. Der Assistent zeigt an. Abseits. Da wird er vom Ball getrennt. Achtung! Das ist der Ball! Achtung! Achtung! Und der Ball! Nein, das kann er viel besser. Viel besser als in dieser Situation. Und der Angriff wurde gestoppt. Achtung! 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 Ja, da muss man viel resoluter dazwischen gehen. So frei darf man natürlich nie. Geht ja rein! Überhaupt kein Problem für den Keeper. Hand. Und der muss drin sein! Super Flanke! Ja, und damit nimmt er beim Gegner den Offensivschwung raus. Der Ball ist frei. So, jetzt ist die Abwehr zur Stelle. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Ohne Kampf kein Ball. Gut gemacht. Schöne Attacke. Erster Preis, der Ball. Das schafft er nicht alleine. Und sie helfen ihm. Wer will ihn? Den Ball. Da liegt er doch. Die Abwehr steht goldrichtig. Sie haben eben viele technisch gute Leute. Das merkt man bei diesen Kombinationen. Und Achtung, genau hingeschaut. Grandiose Attacke und das wird belobt mit Ballbesitz. Und jetzt hat er die Chance, um zu flanken. Und jetzt hat er die Chance, um zu flanken. Und das ist jetzt die Möglichkeit. Das wird ganz gefährlich. Achtung! Das nennt der Abiturient Antizipieren. Er liest die Situation und schnappt sich das Spielgerät. Hand und die Abwehr aufmerksam. Balleroberung im Mittelfeld. Und jetzt hat er die Chance. Klasse, wie er das Problem gelöst hat. Hand und die Abwehr aufmerksam. Hand. Sauber geklärt. Der Kiefer spielt schon. Das muss doch Elfmeter geben. Und es gibt Elfmeter. Na, den Ball hat er jedenfalls nicht zuerst getroffen. Das zeigen diese Bilder dann doch relativ deutlich. Korrekt gesehen vom Schiri. Die Wiederholung beweist es. Und wie eine unge Schnauze. Super. Gute Nerven. Immer eine heikle Sache, so ein Elfer. Aber er hat es geschafft. So ein Strafstoß oft nur eine Frage der Psyche. Salomon Kalou. Hand. Wie viele Torschüsse hat es heute eigentlich gegeben? Gucken Sie sich die Statistik an. Gut mitgespielt. Er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Wenn Sie das sicher nach Hause schaukeln wollen, müssen Sie mindestens noch einen drauflegen. Zur Pause steht es 2 zu 0. Gute erste Halbzeit. Und wir haben sogar Diskussionsstoff. Ja, denn da wird es noch einiges an Gesprächsbedarf geben zu dieser Strafstoßentscheidung. Der Schiedsrichter sagt, es ist alles in Ordnung. Und dann geht es in den zweiten Durchgang. Er hat den Tag der Tage erwischt. Sein drittes Durmstück. Unfassbar. Wirklich. Der Mann hat einen Lauf. Herrlich gemacht. Wunderbar ins Ecke. Um das umzubiegen, da musste schon ein Meisterbieger sein. Eine klare Führung für den Gegner. Ein Versuch der Balleroberung. Guck mal hin! Und er ist drin! Also ich habe nach diesem Tor so allmählich den Eindruck, die Mannschaft fällt auseinander. Ja, genau so wirkt es. Und das kann noch richtig bitter werden. Ach, das gibt es ja gar nicht. Ich dachte, der geht an die Latte. Ich glaube nicht, dass das noch kippen kann. Bei dieser komfortablen Führung. Nicht so lange den Ball halten, Jungs. Dann findet ihr nie die Lücke. Nein, das kann noch viel besser. Viel besser als in dieser Situation. Kirch. Die Gäste wollen wechseln. Beim nächsten Pfiff des Schiedsrichters dürfte es soweit sein. Achtung! Da hat der Torwart ganze Arbeit geleistet, obwohl der Schuss sehr hart war. Die Situation wurde geklärt. Ja, da geht er resolut dazwischen. So muss man das machen. Die Karten werden nochmal neu gemischt. Es gibt jede Menge Auswechslung. Da hat der Gegner überhaupt kein Problem, diese Flanke zu entschärfen. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Jetzt müsste die Flanke kommen. Und kann er diese Hereingabe verwerten? Das war wichtig, wie er da hingegangen ist. Wie er diese Situation bereinigt hat. Salomon Kalou. Hand. Er rückt wie ein Känguru und ist da mit der Grätsche entgangen. Versucht's mit dem Bucks. Das ist der Tor. Er spielt mit Köpfchen. Der macht einen Kopfball wie gemacht. Für den Torhüter geht da gar nichts. Und hier nochmal das Tor aus anderer Perspektive. Und jetzt sind hier alle aus dem Häuschen. Völlig zu Recht. Ein super Kopfballtor. Und Räder bringt nochmal einen frischen Spieler. Er kann eigentlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft geleistet hat. Aber er wechselt nochmal aus. Es wird wohl gewechselt bei der Heimmannschaft. Sie müssen nur die nächste Spielpause abwarten. Und die Situation ist breinigt. Und die Situation ist breinigt. Bei der Rangelei um den Ball. Jetzt ist er ganz frei durch. Geht er rein. Und der Ball erzappelt im Netz. Mit dem Tor hat er sich für die nächste Partie. Und zwar für die Startformation empfohlen. Also hier sieht man nochmal ganz deutlich. Der Torhüter dachte, der Ball geht an die Latte. Eigentlich muss er jetzt nur noch dafür sorgen, dass seine Mannschaft die Führung nach Hause bringt. Ein frischer Mann soll mit dazu beitragen. Sie legen deutlich und klar vor. Wenn das Spiel das nächste Mal unterbrochen wird, steht wohl ein Wechsel bei den Gästen an. Ihr könntet passen. Gebt ihnen noch ein Tor, dann könnt ihr euch viel Nerven sparen. Und jetzt wechseln sie. Das nennt der Abiturient Antizipieren. Er liest die Situation und schnappt sich das Spielgerät. Salomon Kalou. Abseits, er ist einfach zu früh gestartet. Jetzt wird es brenzlig. Ja, da hat er den Gegner auf dem falschen Fuß erwischt. Und der BVB hat das Spiel gewonnen. Da muss der Verlierer eine lange Fehleranalyse machen. Das Ergebnis spricht Bände. Aber man muss noch ein paar Takte dazu sagen, glaube ich. Ja, definitiv. Und auf der anderen Seite natürlich ein völlig verdienter Erfolg. So, liebe Zuschauer, das war's für heute. Marty Beukmann sagt auf Wiedersehen. Tschüss, bis die Tage.